Zur Optimierung Ihres Geschäftsprozesses haben Sie die Möglichkeit, ganz leicht an einem Ort auf alle Ihre nächsten planmäßigen Wartungsnachverfolgungen zuzugreifen und diese zu verwalten. Damit wird sichergestellt, dass Kunden rechtzeitig eine Erinnerung erhalten, wenn Ihr nächster Service fällig ist. Schauen wir uns diese nützliche Funktion einmal an. Klicken Sie einfach auf die Registerkarte Nachverfolgungen und dann hier. Wählen Sie nun einen Datenbereich für die Nachverfolgungen aus. In diesem Beispiel wählen wir die nächsten zwei Wochen aus. Sie sehen eine Liste der Service-Nachverfolgungen, die anzeigt, wann ein Fahrzeug fällig ist, den Namen des Kunden mit Kontaktdaten sowie die nächste planmäßige Wartung. Die hier angezeigten Erinnerungstermine für den nächsten Service wurden vom Serviceberater geplant, als das Fahrzeug zuletzt für einen Service eingebucht war. Es ist wichtig, dass zu diesem Zeitpunkt auch eine korrekte E-Mail-Adresse und Handynummer eingegeben wurden. Mit diesen Schaltflächen können ganz leicht E-Mail- oder SMS-Erinnerungen gesendet werden. Um eine E-Mail-Erinnerung zu senden, klicken Sie einfach hier. Sie werden feststellen, dass die Kontrollkästchen automatisch für die Kunden aktiviert sind, die Sie kontaktieren möchten. Sie können die Aktivierung eines Kontrollkästchens aufheben, wenn Sie bestimmten Kunden keine Erinnerung schicken möchten. Wählen Sie hier Ihre Nachrichtenvorlage. In diesem Fall wählen wir Service-Erinnerung aus. Hier sehen Sie eine Vorschau der E-Mail, die an den Kunden geschickt wird. Klicken Sie auf Senden und anschließend auf Übernehmen. Daraufhin wird eine personalisierte Nachricht an alle Kunden geschickt, die mit den Kontrollkästchen ausgewählt wurden. Wenn die SMS-Funktionalität in Ihrem Händlerbetrieb aktiviert ist, kann das gleiche Verfahren zum Senden von SMS-Erinnerungen durchgeführt werden. Nachdem der Kunde die E-Mail überprüft, eine Entscheidung getroffen und sie wegen des Service kontaktiert hat, können Sie die Präferenz des Kunden in das System aufnehmen. In diesem Beispiel, hat sich der Kunde dafür entschieden, zu akzeptieren. Wir klicken also auf Übernehmen, um die Arbeit zu akzeptieren. Klicken Sie alternativ hier, um die Arbeit zu akzeptieren und einen neuen Termin anzulegen. Alles was Sie nun noch tun müssen, ist ein neues Datum und eine neue Uhrzeit zu planen. Klicken Sie anschließend auf Fertig. Dies weist dem Nachverfolgungstermin automatisch eine neue Auftragsnummer zu. Nun kehren wir zum Bildschirm Nachverfolgungen zurück, um unsere anderen Optionen anzusehen. Wenn der Kunde den Service ablehnt, wählen Sie einen Grund, der am besten der vorliegenden Situation entspricht, und klicken auf Ablehnen. Falls Sie es jedoch vorziehen, wegen des Service zu einem späteren Zeitpunkt kontaktiert zu werden, wählen Sie wie hier aus der Dropdown-Liste aus, fügen ein Datum für die Nachverfolgung hinzu, und klicken auf Nachverfolgung verschieben. Sobald Sie die Reaktion des Kunden auf die Erinnerung erfasst haben, sind Sie fertig. Von hier, werden alle Ihre abgeschlossenen Nachverfolgungen automatisch im System gespeichert, sodass Sie sie zu jeder Zeit ganz leicht aufrufen und überprüfen können. Die Nutzung der rechtzeitigen Serviceerinnerung steht für eine gute Kundenbetreuung und ermöglicht es den Service-Mitarbeitern, Kundenkontakt und Nachverfolgung mit größerem Vertrauen durchzuführen.